des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Nuwene zu Ehren der schmerzensreichen Mutter. Fünfter Tag. Auf der Höhe des Leidens. Es standen aber bei dem Kreuz Jesu, seine Mutter. Johannes 19, 25. Schmerzerfüllte Mutter. Schwer war der Weg nach Golgotha. Schweres erwartete sich dort oben beim Anblick der Vollendung des Erlösungsopfers. Kein Hammerschlag, kein Hohenwort entging deinen Ohren, sondern wurde neue Schwerter in deine Seele. Aber weit mehr Leid noch brachte dir das Wissen deines Sohnes. Brachte dir das Wissen um die innere Qual und Verlassenheit deines Sohnes. Jedes seiner Worte erschloss dir. Neue Tiefen. Seiner Seelenleiden. Und seiner Liebe. Und wäre auch kein Wort von seinen Lippen gekommen, dein mitfühlendes Mutterherz hätte seine Leiden, seine Verlassenheit doch gespürt. Selbst das Abschiedswort für dich war ein neuer Schwert. Bedeutete es doch die Loslösung des Kindes von der Mutter? Du fühltest die Schwere des neuen Opfers aber als Antwort auf das dich schmerzlich berührende Wort des sterbenden Kindes umfasstest du in weltweiter Liebe alle, alle Menschen, die er dir als Kinder gab. Mutter, das war der Abschiedsgruß des scheidenden Erlösers an uns, dass er dich uns als Mutter gab. Wir danken dir für alle Mutterliebe und haben nur die eine Bitte. Lass uns so treu wie Johannes stets bei dir und deinem gekreuzigsten Sohne stehen. Schmerzensreiche Jungfrau, Mutter aller Christgläubigen, vermehre unsere immer noch schwache Dankbarkeit und Liebe zum dreieinigen Gott, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Erflehe, oh Mutter, der göttlichen Gnade, den Irrenden die Rückkehr in die Gemeinschaft der Kirche. Und gib uns die Kraft, uns um sein Kreuz zu scharren und der Welt Zeugnis zu geben von der Liebe Gottes. Amen. Christi Mutter stand mit Schmerzen. Christi Mutter stand mit Schmerzen bei dem Kreuz und bei den Herzen. Christi Mutter stand mit Schmerzen. Christi Mutter stand mit Schmerzen bei der Gemeinschaft der Kirche. Es ist ein Schmerz, der auf uns der Kopf ging, da sie sah den Eingebordnen, wie er mit den Tod der Rang. Angst und Jammer, Qual und Banken, alles leicht in sie umhanden, das neue Einheit durchtrennt. Ist ein Mensch auch alle Erden, dies muss erbreitet werden. Wenn er sich die Mutter verlangt, dies muss erbreitet werden. Glaubt sei Jesus Christus, in Ewigkeit, Amen. Maria mit dem Kindelieb. Uns allen deinen Segen gib. Glaublich. 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 Zulniere Bible. Glaublich. Untertitelung des ZDF, 2020